Hallo, mein Name ist Luca und mir wird oft vorgeworfen, dass ich nur Behindertespiele spiele. Deswegen spiele ich heute mal Call of Duty Black... Oder... Ich weiß gar nicht, ob das Black Ops ist. Es ist Black Ops Teil 2 sogar und wir spielen online. Was viele eventuell nicht wissen, ist, dass ich auch mal in der EL... ES... E... Electronic... ES... In der ESL gespielt habe. Ich wurde dann erster im Japanese Gaming Contest World Riot Shithack... Ne? Ich habe das damals mal gespielt, ich war allerdings nie wirklich gut. Ich habe mir so grob jetzt nochmal die Steuerung bei... Du Ficker, lauf doch! Und ich werde... Ich habe den motherfucking ersten Kill gemacht. Was sagt ihr jetzt? Ihr scheiß anderen Blödmänner. Hier, da kriege ich erstmal eine schöne Samtex an die... Oh, damn! Ich bin der Erste! Okay, ich laufe irgendwie einen komplett anderen Weg als meine ganzen Mitspieler. Aber mal schauen, ob ich hier irgendwie... Au! Au, au, der... Der war in meinem Team. So macht Call of Duty am meisten Spaß. Einfach liegen und sich das Geschehen anschauen. Der Typ ist einfach Polish Wodka. Okay, auf der Drohnenkarte sieht man, dass hier auch noch einer ist. Da ist er, da ist er, da ist er! Den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir! Komm, komm, komm! Ha! Dich kriege ich! Komm her! Komm her! Kommt mir nicht an mit Taktiken oder so. Ich habe meine eigene Taktik und die ist... Gewinnen! Bam! Blöder Pisser! Öhö! Scheiß Pisser! Aha! Du kannst nichts, ich habe dich getötet! Aha! Kann ich in dieses Auto irgendwie rein? Oh! Sorry! Ich habe... Oh, kann ich da rein? Kann ich da rein? Nein! Nein, das geht nicht! Scheiß Pisser! Und jetzt zerstöre ich dieses Auto da hinten? Aha! Ah, ich liebe dieses Spiel! Ich habe das beste Versteck aller Zeiten. Ich bin ein motherfucking Busch. Mich kann niemand... Da war ein Gegner! Oh! Der war wieder aus meinem Team. Führen wir eigentlich? Yo! Boah, damn! Wir haben 34, die anderen haben nur 19. Alter, wir sind ein richtig geiles Team. I love you all! Just wanted to say that. Do you wanna marry me? I love C.O.D. Oh! Chefkoch! I love you too! You are... My life. Ich liebe dich, Chefkoch. And you're mine. Och, Chefkoch. Wie klein, dass ich es... Ach... Ich komme damit nie klar. Luca merkt ja einfach, wenn die einen grünen Namen über sich drüberstehen haben, dann sind die aus deinem Team. Mann, das muss ich mir einfach mal merken. Ich schieße einfach auf alles, was sich irgendwie bewegt. Du bist tot in drei... Zwei... Alter, ich laufe hier seit 10 Trilliarden Jahren rum. Da hat es liegt dann... Damn! Gotcha! So. Oh! Shit! Hey, Chefkoch! Ich liebe dich! Trotzdem muss ich... Nein! Bre... Ich wollte ihn messern! Was soll das? Wieso ging denn Messern nicht? Ich habe doch Messern immer auf die mittlere Maustaste gelegt. Wo ist denn hier Nahkampf? E! Was für E! Packst mittlere Maustaste, du Vollidiot! Warte, geht das jetzt? Oh, jetzt geht es natürlich wieder! Scheiße! Das wäre mein... Oh, Mann! Ich glaube, es soll einfach nicht sein, dass ich Chefkoch töte. Das ist einfach meine große... Ja, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Und ich werde dich genau jetzt töten! Nee, wieder ein Team Kameras. Ich werde jeden von euch umbringen und dann einzeln in kleine Stücki... ... Badaa! Gotcha, gotcha! Oh, sogar ein hell. Oh, ich... Damn, ich bin wieder tot. Ja, ja, ja! Ach, Mann, das ist doch diese Scheiße immer! Wir hacken alle! Alle! Man kann nicht so krass... Was macht er hier? Hey, Mann, hey! Hey, 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 hey! Was geht? Was geht? Oh, du bist tot. Oh, Scheiß. Oh. Kill. Ja, klar. Komm. Steh einfach auf mit dem Flugzeug. Alles klar. Damit das Ganze jetzt mal ein bisschen spannender zugeht, bin ich in eine Frei-für-alle-Lobby gegangen. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach rumlaufen und man ist quasi jeder gegen jeden. Das heißt, jeder kann mich umbringen. Ich kann jeden umbringen. Und das Ganze ist einfach so ein bisschen schnellerer. Du, Kleiner. Du, reiß mich nicht an. Ha, ha, ha. Ah, don't fuck with me, brah. Damn, it feels good to be a gangster. Oh, we... Ich habe das dumpfe Gefühl, dass in diesem Haus jemand ist. Aber es ist niemand in diesem Haus. Also hat mich meine... Oh, halle Tür. Kann ich dich irgendwie... Nee, funktioniert nicht. Irgendwie bin ich ganz alleine, habe ich das Gefühl. Es ist... Oh, damn. Da hat einer aber eine krassen Furz gerade losgelassen. Du, nein, 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 nein. Ach, Mann. Komm her. Hey, hey. Mein zweiter Kill. Wow. Und ich bin schon wieder... Ach, Mann. Das macht noch keinen Spaß, Freunde. Ich habe dich gesehen. Brauchst du gar nicht denken hier... Nee, der war da nicht. Nee, nee. Hab ich ge... Oh. Was? Hä? Was? Was? Was ist das für ein Scheiß? Oh. Oh, der. Mein dritter Kill. Oh. 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 Schock meines Lebens, Alter. Da steht auf einmal einer neben mir. Du kleiner Picker. I just wanna be a billionaire. So freaking bad. By all the things I never had. Buh, buh, buh. Oh. Kann ich die Lampe abschießen? Nee. Oder? Doch. Ich habe ein kleines Loch reingemacht. Seht ihr das? Jo, Freunde. Wenn irgendeiner von euch hier action will, dann kann er mal zu mir kommen. Da. Ja, der. Der, der. Denk ich doch. Ja, komm. Leichte Beute. So. Kann ich noch... Oh. Ich glaube, das mit dem ersten Platz wird noch ein bisschen schwierig. Ach so. Wo? Da steht ein Geschütz rum. Alles klar, Freunde. Wahrscheinlich ist es ein Geschütz. Dieses scheiß Geschütz, Alter. Ich war der letzte tot. Da bin ich da rechts. Und jetzt werde ich abgeschossen. Ist das bitter. Jo, ich bin vorletzter geworden. Wenigstens nicht letzter. Das ist... Das sage ich mir in jedem Wettbewerb im Leben. Das war es mit Black... Oh, wow. Damn. Ich bin ja völlig überbelichtet. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich denke, ich werde nie wieder COD auf meinem Kanal bringen, weil es einfach... Es war wirklich langweilig. Oder hat es euch irgendwie gefallen? Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einem anderen Video wieder. Und zwar in einem... Ne, sage ich nicht. Tschüss.